Ferrari natürlich, die fähre ich ja schon immer, auch wie ein gutes Vieh gemacht, logisch, 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 ich mache die Kasse, ich weiß nicht, was ich sagen, lasse ich es weg von der Perse mal holen, logisch, mit dem Ding hätte ich nur das Strafmandate gehabt, Geschwindigkeitsüberschreitung, hundertprozentig, so ist er, ich muss mich überwundern, dass er doch langsam fahren kann mit dem Ding, begreife ich überhaupt nicht, so ist er, so ist er hier, eine Ferrari, so sieht das aus hier, ich fahre vor, Was ist dein Bruder für das Pferdengelassbett? Ja, scheiße du, das war scheiße du, mein guter Füttchen, was schützt und da?